Television Zwickau Deine Region im Bild Zwickauer Energieversorgung Die Energie der Region Kirchberger Englisch Wettbewerb macht das Dutzend voll. Konservatorium eröffnet Festjahr zum 70. Und Zwickauer erinnern an die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Tag Aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Tag Aktuell. Halten Sie mich für bekloppt, halten Sie mich für bescheuert, aber das Wetter, das im Moment gerade draußen vorherrscht, ich liebe es. Ich liebe Winter, ich liebe den Schnee, aber nur, wenn ich in der Sonne sitze. Damit kommen wir zu unserem ersten Thema heute Abend. Für Schüler im Landkreis Zwickau ist der zweite Donnerstag im Januar traditionell gesehen ein sehr wichtiges Datum. An der Westsächsischen Hochschule können Sie sich über das Studienangebot informieren, am Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg an einem Englischwettbewerb teilnehmen. 2006 fand der Wettstreit für sprachlich begabte Viertklässler zum allerersten Mal statt. In diesem Jahr macht er also das stolze Dutzend voll. Und die Resonanz war genauso groß wie in den vergangenen elf Jahren. Bereits zur Einschreibung am frühen Nachmittag schien das Gewusel im Foyer des Graupner-Gymnasiums kein Ende zu nehmen. Das Organisationsteam um Fachlehrerin Silvia Martin begegnete dem Ansturm aber gelassen und mit einer gehörigen Portion Routine. Das Feld der Teilnehmer reichte erneut von Krossen bis Magneukirchen. Also wir sind wieder sehr froh. Wir haben 110 Teilnehmer circa und können uns freuen, weil es wirklich aus allen Bereichen kommen, von Zwickau bis ins Vogtland, Richtung Erzgebirge, von überall sind Schüler zu uns gekommen. Über den Andrang freute sich auch der Schulleiter. Günter Bachmann hat den Englischwettbewerb einst gemeinsam mit der Sächsischen Bildungsagentur aus der Taufe gehoben. Nach elf Jahren ist für ihn der 2. Januar Donnerstag noch genauso bedeutsam wie zur Premiere 2006. Weil es uns ganz wichtig ist, Schüler zu finden, die Begabungen besitzen und auch in ihren Stärken arbeiten möchten, die begeistert sind, in diesem Fall für die Sprachen. Das ist ganz wichtig für uns und eigentlich ein Erfolgsrezept für eine erfolgreiche Schulbildung und auch für eine hohe Qualität. Und wir haben gesagt, mit diesem Wettbewerb wollen wir eigentlich eine Brücke von der Grundschule zum Gymnasium schließen und wollen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass sowohl die Schüler diesen Übergang miterleben können, dass sie sich testen können und im Hintergrund natürlich auch, dass die Lehrer voneinander lernen, dass also Grundschullehrer, die in Englisch unterrichten, wissen, was kann man dann am Gymnasium machen und umgekehrt natürlich genauso. Also das war unser Anspruch und unser Anspruch war natürlich auch, als einziges Gymnasium, welches ja diese vertiefte Ausbildung im sprachlichen Bereich anbietet, bei uns ein Podium zu schaffen, an dem Schüler auch unabhängig von ihrer Herkunftsschule die Möglichkeit haben, ihre Stärken, ihre Begabungen in der Sprache zu testen. C is for Caterpillar. D is for Dull. Bereits beim Eröffnungsprogramm der Klasse 5b bekamen die Wettbewerbsteilnehmer und Besucher die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu testen. Schon erstaunlich, welche unterschiedlichen Begriffe man alles mit dem englischen Alphabet assoziieren kann. H is for Head. M is for Monkey. N is for Head. White is for Yellow the color of my socks. Die Erwartungen, mit denen die Mädchen und Jungen nach Kirchberg kommen, sind erfahrungsgemäß sehr hoch. Das wissen die Wettbewerbsorganisatoren mittlerweile. Umso anspruchsvoller fallen jedes Jahr die Aufgaben aus. Unlösbar ist jedoch keine. Also es gibt sechs verschiedene Bereiche. Es sind sechs Blätter, müssen in Kreuzworträtsel Begriffe finden, haben natürlich auch einen kleinen Hörtext, der von Engländern gesprochen wird. Sie bekommen einen Text zum Lesen, in dem sie deutsch Fragen beantworten müssen und auch ein bisschen zu landeskundlichem Wissen, Großbritannien und vorwiegend dann noch zu den Vereinigten Staaten, wo sie so Fragen ankreuzeln müssen. Zum Beispiel ist dann, womit bezahlt man in Großbritannien und dann sind drei Möglichkeiten gegeben und dann hofft man, dass das britische Pfund angekreuzt wird oder wofür der Big Ben steht. Aber natürlich auch im Hörtext muss mit Farben gearbeitet werden, dass der Füller eben vielleicht gelb oder grün ist und nicht blau. Solche Dinge auch. Hoch konzentriert gingen die Viertklässler dann auch ans Werk. 45 Minuten, so lang wie eine Unterrichtsstunde, hatten die Wettbewerbsteilnehmer Zeit, die richtigen Lösungen zu finden und die Maximalpunktzahl 60 zu erreichen. Der erste Preis, der Sieger, bekommt natürlich einen Pokal mit Gravur vom Graupner Gymnasium in dem Jahr. Den stiftet auch immer die Bürgermeisterin, die wird also auch noch kommen. Und die anderen, da es ein Englischwettbewerb ist, haben wir aus dem Bereich was, also Wörterbücher und auch noch Tassen von unserer Schule. Das bekommt aber auch schon jeder einen kleinen Preis, also eine Teilnahmeurkunde, das ist ja wichtig, und auch einen kleinen Rucksack. Und Elli Spirelli hat auch noch was zu essen für alle Schüler gesponsert, dass sie uns nicht verhungern am Nachmittag. Durch seine bilinguale Ausbildung bietet sich das Kirchberger Gymnasium als Gastgeber geradezu an. Wie wichtig das Beherrschen der englischen Sprache heutzutage schon im Kindesalter ist, macht Schulleiter Bachmann an zwei Aspekten fest. Das eine sind natürlich deutlich größere Chancen in Ausbildung und im Beruf, dann später Studium und Beruf. Denn unsere Welt ist global, sie ist vernetzt und die englische Sprache ist eigentlich eine zweite Arbeitssprache geworden. Es ist keine Fremdsprache mehr, es ist eine zweite Arbeitssprache geworden. Das ist der eine Aspekt, der inhaltliche Aspekt, vielleicht auch der etwas trockenere Aspekt. Für mich mindestens genauso wichtig ist aber die Möglichkeit, dass junge Leute weltweit kommunizieren können. Und wenn man heute Nachrichten liest, dann weiß man ja auch, wie viele Baustellen es gibt, wie viele Krisenherde es gibt, die meistens ja darauf beruhen, dass Menschen eben nicht miteinander kommuniziert haben, beziehungsweise mit völlig falschen Vorstellungen sich einander gegenübergetreten sind. Und das ist für mich äußerst wichtig, auch zukunftsträchtig, dass junge Leute, die hier bei uns die Schule verlassen, auch gerade in Sachsen die Schule verlassen, wenn man es so wie Global Player sind, dass sie also in der ganzen Welt sich zurechtfinden können. Zunächst galt es aber, sich mit den diesjährigen Wettbewerbsaufgaben zurechtzufinden. Die Teilnehmer waren ebenso gefördert wie die Jury. Ganz viele Schüler müssen immer gefunden werden und da können wir also sehr dankbar sein. Die helfen uns auch mit und natürlich auch Lehrer. Und dann werden wir in einem Zimmer immer aufgabenweise das alles durchkorrigieren und hoffen, dass wir das auch in einer reichlichen Stunde fertiggestellt haben. In dieser reichlichen Stunde hatten die Viertklässler dann Gelegenheit, die Schätze des Christoph-Graupne-Gymnasiums in verschiedenen Stationen zu entdecken. Offen stand dafür zum Beispiel das Geografiekabinett, wo die Mädchen und Jungen nach Kontinenten suchen dürften. Im Biologiezimmer zeigte Herr Gebauer, dass man ein Skelett auch aus Papier bauen kann. Eine Schere und ein paar Metallösen reichen völlig aus. Kinder mit musischer Ader lernten ein selbstspielendes Zauberklavier kennen und dass man damit ein ganzes Lied einstudieren kann. Wer neben seiner sprachlichen noch eine artistische Ader im Blut hat, dürfte sich im Jonglieren ausprobieren. Die Gefahr von Glasbruch bestand nicht. Die Teller waren aus Kunststoff. Fast man zusammen, wie viel am vergangenen Donnerstag im Graupner-Gymnasium los war, ahnt man ungefähr, welcher Aufwand jedes Jahr hinter dem Englisch-Wettbewerb steckt. Also das ist schon enorm, auch wenn wir schon routiniert sind in den Schritten. Es geht ja erstmal los mit der Ausschreibung, dann kommen halt die ganzen Anmeldungen rein. Dann muss man sie alle erstmal sortieren und machen und in Excel-Tabellen erstellen und logischerweise die Zimmer einräumen und die Urkunden drucken und uns natürlich auch Aufgaben überlegen, weil wir die auch immer variieren. Nach einiger Zeit des Wartens, die angesichts der vielen Angebote jedoch im Fluge verging, stand am späten Nachmittag endlich fest, wer die fünf Hauptpreise mit nach Hause nehmen durfte. In diesem Jahr waren es zunächst James Leitzmann, Fabrice Schramm, Jette Müller und Henry Seidel, bevor die völlig ahnungslose Siegerin nach vorn gerufen wurde. Und 56,5 Punkte wurden erreicht von 60 möglichen. Das ist also eine Spitzenleistung von Freya Schiller. Und wir bleiben in Kirchberg, der Pokal dieses Mal von der Grundschule Ernst Schneller in Kirchberg. Herzlichen Glückwunsch! Die Neunjährige aus der 4a konnte ihr Glück kaum fassen, als sie von der Bürgermeisterin den Pokal bekam, mit Freuden Tränen in den Augen zahlreiche Hände schütteln musste und den ihr geltenden Applaus genoss. Noch Minuten nach der Siegerehrung rang sie nach Wörtern. Ich freue mich einfach. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du irgendwie damit gerechnet? Äh, nein. Wie schwer war der Wettbewerb? Es ging. Ungefähr so schwer wie eine Klassenarbeit. Was waren für Fragen dabei, die du beantworten musstest? Also man musste was hören und noch sowas zum Ankreuzen und ein Kreuzvertretseln. Nach all den Fragen war es am Ende fast eine Erlösung, als Freya ihrem Großvater glücklich in die Arme fiel. Äh, ich brauche mal Hilfe mit dem Tragen. Nimm mich gerne mal. Was sagt denn der stolze Großvater dazu? Ja, der ist sehr stolz auf die Tochter, auf die Enkeltochter. Ende gut, alles gut. Für die stolzen Gewinner wie für das glücklich geschaffte Organisationsteam und seinem Schulleiter. Dessen Gedanken bestimmt schon beim Wettbewerb Nr. 13 im Januar 2018 sind. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen Eltern auch, bei den Großeltern, bei den Lehrern. In der Mittagspause mit Kollegen oder Geschäftspartnern essen gehen? Das Restaurant Alte Münze wird Sie begeistern. Gehoben, aber nicht abgehoben. Historisch und modern zugleich. Lassen Sie sich von dem besonderen Ambiente verzaubern. Im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Genießen Sie die abwechslungsreiche, saisonale und junge Küche mit Ihrem mediterranen Einschlag. Und wenn der Hunger schon früher kommt, das reichhaltige Frühstücksbuffet im Restaurant Alte Münze steht jeden Tag für Sie bereit. Leben, lieben, heiraten. Das Porter Möbelhaus sucht heiratswillige Paare, die in einem Wettbewerb anlässlich der Hochzeitsmesse am 4. Februar 2017 gegeneinander antreten. Mit dem Stargast des Tages, Ella Endlich. Küss mich, küss mich, halt mich, lieb mich. Für immer küss mich, halt mich, lieb mich. Wer traut sich? Für die ersten drei Gewinner gibt es Gutscheine im Wert von 100, 200 und 300 Euro. Bewerben Sie sich jetzt bei Porter per Mail an l.kraus.porta.de oder unter 0 375 27 38 575 und beweisen Sie Ihre Ehefähigkeit zur 5. Hochzeitsmesse im Porter Möbelhaus am 4. Februar 2017. Uta Röder Moden Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Polsteraktionswochen vom 14. Januar bis 4. Februar. Jetzt bei Rekomöbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rekomöbel. Wir lieben Möbel. Sit down. We are a Citroën, but. C-Cisham, but. Here we are. Something. Citroën. Der neue Citroën C3. So einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Premiere des neuen Citroën C3 am 21. Januar von 9 bis 14 Uhr im Autohaus BHS. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten, Gesicht und Seele? Wir sind das. Hierher komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, mit unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Räderei und einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik, Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Im fernen Zukunft, die glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen, diese Wohnungen sprechen zu Ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der Wewobau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. Wewobau. Bei uns wohnt die Zukunft. Die aktuelle Wetterlage erforderte am Wochenende einen fast pausenlosen Einsatz des kommunalen Winterdienstes in Zwickau. Alle 16 Winterdienstfahrzeuge, 15 Handkräfte und sechs Kleintransporter waren fast rund um die Uhr im Einsatz. Auch heute startete der Winterdienst wieder kurz nach Mitternacht, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden mit vollem Aufgebot, so die zuständige Behörde. Gestreut wird nach Dringlichkeit. Sind die wichtigsten Straßen frei, werden die weniger befahrenen Routen angefahren. Nach Auskunft des kommunalen Bauhofes kamen bisher ca. 800 Tonnen Salz zum Einsatz und damit knapp ein Drittel des Gesamtvorrates. Wichtig für Grundstückseigentümer. Für den am Grundstück vorbeiführenden Gehweg ist der Eigentümer verantwortlich. Rund 20 Zwickauer fanden sich am Sonntag auf dem Platz der Deutschen Einheit zusammen, um der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vor 98 Jahren zu gedenken. Eingeladen hatten der Kreisverband Die Linke und der SPD-Stadtverband. Vor dem Mahnmal mit den Worten Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden, erinnerte Oberbürgermeisterin Pia Findeis daran, dass der Begriff Freiheit derzeit in Zwickau von Rechtspopulisten missbraucht werde. Eine derartige Auslegung habe weder Martin Luther vor 500 Jahren noch Rosa Luxemburg 1918 im Sinn gehabt. Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann erklärte ihr entschiedenes Nein zu Militäreinsätzen. Für wirkliche Friedenspolitik, Gerechtigkeit und Solidarität gäbe es keine Alternativen. Seit letzter Woche ist die neue öffentliche Toilette auf dem Neumarkt nutzbar. Nachdem Ende Dezember der Bau abgeschlossen wurde, konnte die Anlage nun an die Comedia Concept GmbH als Betreiber übergeben werden. Die neue Toilettenanlage hat eine Kombination aus Damen- und Behinderten-WC, ein WC für Herren sowie einen separaten Technikbereich. Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Marktzeiten Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr. Pro Besuch wird ein Entgelt von 50 Cent erhoben. Eingehalten wurde indes der Kostenrahmen, der für Planung und Bau mit 180.000 Euro veranschlagt war. Zwickau verfügt damit aktuell über insgesamt sechs öffentliche Toiletten. Mit einem Konzert ist das Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium in das Festjahr zu seinem 70-jährigen Bestehen gestartet. Am 2. Mai 1947 hatte die Musikschule ihre Unterrichtstätigkeit aufgenommen. 1951 bekam sie ihren Namen, Robert-Schumann-Konservatorium. Die Auftaktveranstaltung am Freitag hatte eine Besonderheit. Auf dem Programm standen ausschließlich Kompositionen Zwickauer-Komponisten. Und davon gibt es so einige. Robert-Schumann, klar, auch dessen Frau Clara. Doch die hiesige Musiklandschaft hat noch viel mehr zu bieten. Einer der Höhepunkte war die Uraufführung eines Werkes für Zupforchester von Annette Schneider. Sie ist Lehrerin am KON. Der Schwanenschloss-Kinderchor hat Lieder von Jürgen Golle gesungen. Der gebürtige Zwickauer war als Kind im Thumanerchor und wirkte bis zu seinem Ruhestand als Hochschullehrer. Ein wahres Schwesten-Schwing mit grau geschneitem Rücken in seinen Fuß abdrücken. Da sieht man jeden Zeh, da sieht man jeden Zeh. Ein hochkarätiges Rhein-Zwickauer-Programm für dieses Eröffnungskonzert des Festjahres. Dieser Veranstaltung werden noch einige weitere folgen. Das große Festkonzert und damit der Abschluss des Jubiläumsjahres ist am 22. September im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Kein Zoo auf der Welt kann ihn zeigen, kein Foto von ihm ist bekannt. Doch wirkt er von allen und jenen ein lästiger Kater in Hand. Er hat keine Ohren, er weiß nicht, er kackst nie und quält uns doch sehr. Ab morgen wird im Zwickauer Puppentheater wieder gespielt. Die Theaterleitung verspricht Angebote für fast jeden Geschmack und für fast jedes Alter. Der Januar startet mit dem Stück Schneewittchen sowie den bereits sehr beliebten theaterpädagogischen Angeboten, Puppenspielkurs und der Erzieherfortbildung. Der Februar hält witzige und spielerisch interessant gestaltete neue Stücke für die Besucher bereit. Die Neuinszenierung Eine Woche voller Samstage oder ein Stück für die Allerkleinsten mit dem Titel Erst Blau, dann Gelb, dann Grün stehen unter anderem auf dem Spielplan im Februar. Das komplette Programm gibt es im Internet unter puppentheater-zwickau.de. Am Mittwoch ab 17 Uhr veranstaltet der Akademische Börsenverein Zwickau im Hörsaal 2 auf dem Campus Scheffelstraße seinen 9. Börsenstammtisch. Zum Thema Aktienhandel mit gleitenden Durchschnitten referiert Markus Klaus von wertpapierstrategien.de. Der Aktienhandel mithilfe gleitender Durchschnitte wird in Foren und in der Literatur immer wieder diskutiert. Was letztlich von einer solchen Strategie zu erwarten ist, bleibt dabei meist im Dunkeln. Ein interessanter und aufschlussreicher Vortrag zu einem einfachen Handelssystem. Mehr Informationen gibt es unter börsenverein-zwickau.de. Sie sehen Wahlwerbung zur Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Lichtenthanne 2017. Für den Inhalt ist der jeweilige Kandidat verantwortlich. Was kann ein neuer Bürgermeister überhaupt bewerkstelligen und sollte er alles umkrempeln? In einer Zeit, da die Gesellschaft nach Orientierung sucht und mehr Fragen als Antworten bereithält, können wir in unseren Dörfern nur den Zusammenhalt stärken, indem wir einander zuhören, vor allem den kritischen Stimmen, die Engagierten unterstützen und das gesellschaftliche Zusammenleben mit den Einwohnern aller Ortsteile fördern. Ein reichhaltiges Vereinsleben macht unser Lichtenthanne besonders für junge Leute lebenswert. Und ich glaube, deren Ansprüche zu kennen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit jenen Gemeinderäten, die aktiv die Kompetenz der Verwaltung stärken wollen. Sie sahen Wahlwerbung zur Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Lichtenthanne 2017. Für den Inhalt ist der jeweilige Kandidat verantwortlich. Der FSV hat am Samstag auch das zweite Testspiel der Vorbereitung auf die Rückrunde verloren. Auf schwer bespielbarem Kunstrasen in Allenburg unterlagen die Zwickauer dem 1. FC Lok Leipzig mit 1 zu 2. Der Regionalligist kam mit den Bedingungen zunächst besser zurecht als der Drittligist und führte nach 10 Minuten bereits mit 2 zu 0. Noch vor der Pause konnte Lukas Wilton nach Eingabe von Felix Geisler zum Anschlusstreffer einköpfen. Weitere Treffer sollten aber auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr fallen. Im zweiten Kellerduell nacheinander feiert der BSV Sachsen-Zwickau den zweiten Sieg in Folge. Mit 29 zu 18 setzen sich die Zwickauerinnen am Samstag beim Tabellennachbarn TSV Hauenstetten durch. Dabei war besonders das klare Ergebnis nicht zu erwarten und an sich schon eine absolute Überraschung. Wie wichtig diese Punkte für den BSV sind, wurde durch die anderen Ergebnisse der Liga sichtbar. Mit dem Sieg konnte sich der BSV um einen Tabellenplatz verbessern, trotz der Punktgewinne aller Teams, die sich im großen Mittelfeld tummeln. Schwarzes Wochenende für die Eisberaten Krimmetschau. Nach dem 1 zu 6 Debakel bei den Dresdner Eislöwen mussten sich die Westsachsen am Sonntag auch dem ESV-Kaufbeuren mit 1 zu 3 geschlagen geben. Die stark dezimierten Westsachsen, welche für die Heimpartie lediglich 13 Feldspieler aufbieten konnten, lieferten dennoch eine ordentliche Vorstellung über 60 Minuten ab. Dank zweier Tore in der Schlussphase nahmen die kaltschnäuzigen Börin-Jokers die drei Punkte allerdings mit ins Ostallgäu. Den einzigen Krimmetschau-Treffer zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 erzielte Bernhard Keil. Damit leuchtet die rote Laterne der DEL2 auch weiter im Sahnpark in Krimmetschau. Werbung Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädie-Technik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Schuh Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuh-Technik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonatrose. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Dienstag ist es stark bewölkt. Anfangs fallen noch einige Schneeflocken. Später bleibt es niederschlagsfrei mit Werten zwischen minus 5 und minus 3 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord bis Nordost. Dauerfrost und gelegentlicher Sonnenschein bestimmen das Wetter in den nächsten Tagen. Weitere Schnee kommt vorerst nicht hinzu. Nachdem das Thermometer am Donnerstag Tiefstwerte bis minus 14 Grad erreicht, steigen die Werte am Freitag bis knapp unter den Gefrierpunkt. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt verabschiede ich mich wieder in den weißen Winterwald. Ich fahre zurück nach Werdau, in meine Hornsche sozusagen. Und wenn Sie Lust und Laune haben, morgen um 19 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Tag Aktuell. Ich sage Tschau und Tschüss. Wir sehen uns morgen wieder. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020